Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge von Rogue Legacy. Haben wir ein bisschen Geld zum Ausgeben? Spillung Kette. Barbarian King. Ja, da schon wieder Mana und HP Pool sind geswappt. Und dann würde ich doch fast sagen, wir probieren es mal mit der Spillung Kette. Denn die hat ja hier, ähm, na sagt es mir, ein Licht dabei. So, und hier wollte ich mir doch was mitnehmen. Und zwar, wo gab es hier jetzt was Neues? War das nicht bei Helmen? Ne, Brust, die hier. Ach ja, mhm. Das kann ich mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr leisten. Ne. Okay, ich habe es schon gesehen. Was gibt es eigentlich bei dir Neues? Aber die passen eigentlich so wie es sind. So wie die sind, passen die eigentlich. Komm, lau mir mal rein hier. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen Gold sammeln. Habe ich zwar das letzte Mal auch gesagt. Aber, ich möchte hier gleich im unteren Teil Gold farmen. Moment mal. Da ist doch gleich in der Nähe, in der Kiste. Wow, 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 wow. Die nehmen wir uns doch noch mit. Ach, das sind noch Peanuts. Lass mich hier nach unten. Hier runter. Na klar, springen wir mal in den Gegner rein. Weil wir es können. Nach unten. Da wollte mein Charakter nicht nach unten springen. Das war absolut grausam und gemein. Nehmen wir uns mit. Behalte deine Knochen. Möchte keiner haben. Da wäre ein Geheimgang. Ich würde gerne wieder in die Hölle. Okay, dann probieren wir mal eins. Und zwar hier nach rechts. Und springen wieder mal in den Gegner. Und hier nach unten. Es muss ja irgendwo nach unten gehen. Geh sterben. Moment, da war noch ein Gegner. Den nehme ich natürlich mit. Stirb, stirb, stirb. Wobei ich mir eigentlich schon überlegt hätte, eigentlich müssten wir ja noch oben bei den Maja ein bisschen Gold farmen. Aber ich habe ja jetzt gesehen, was ich da unten bekomme. Und das ist nicht gerade wenig. So, hier sind ein paar Kisten irgendwie. Also nebenan. Karte. Okay, einmal nach links. Da müsste eine Kiste sein. Okay, da komme ich so nicht ran. Nein, lass das. Nein, lass das. Und auch noch so eine Kiste. Das ist gut. Und das ist jetzt perfekt, dass ich hier nach unten kann. Licht an. Ich bin gerade noch den Schaden gewohnt. Vom Hookage. Sky Bracers. So, Licht aus. Unser Mana ist natürlich im Moment auch noch begrenzt. Boah, das ist mir ein bisschen zu hart. Ich bin eh fast down. Boah, ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen zu früh, da runter zu gehen. Ich bin so schnell down. So schnell, so schnell. So. Wir gehen mal wieder als Gnomen los. So. Weiter geht's. Ich werde jetzt hier mal wieder einmal alles clearen, um das Gold mitzunehmen. Ach komm, das reicht auch so. Der Rüstungsmischmasch muss ausreichen. Ich würde aber gerne im Wald anfangen. Also ich werde jetzt mal gucken, dass ich so schnell wie möglich nach rechts komme. Was ist eigentlich hier? Ah ja. Sterben, 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 sterben. Ähm, da wollte ich eigentlich nicht hin, ne? Ach komm, wir probieren's. Mehr als sterben können wir nicht. Boah. Könntest du mal von diesen Kugeln weggehen? Ähm, dankeschön. Ach, du Scheiße. Boah, der hält da aber hier was aus, ne? Komm mal her, hier. Ach, du Scheiße. Übertreibt doch ein bisschen. Ja, das ist eindeutig besser, als irgendwo anderes farmen zu gehen. Ich muss das hier riskieren. Oh, Scheiße. Ah. Puh. So. Gehen wir hier weiter? Böser Zombie. Oh, Scheiße. Heftigst. Ganz, ganz böse. Sterb, 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 sterb. Kleiner Ninja. Oh, Kiste. Neu Blueprint. Guardian Cape. Sehr schön. Wo ist der Ninja? Wo ist das Auge? Boah. Einmal von unten nach oben aufräumen. Na klar, kommt doch noch ein bisschen schneller, ne? Ihr könnt das eben. Nein. So gemein. Oh, der Boss. Hm. Hm. Ich würde ja zu gern mal sehen, was, was, was das ist, ne? Oh, aber so. Holy fuck. Da wären zwei Kisten, ne? ok so, kurz warten warten ja nein jetzt wow, Riesenslime komm her ha boah, die Dinger sind so schnell die ist man einfach nicht gewohnt die ist man echt nicht gewohnt wieso liegt eigentlich hier noch Gold rum ach, das ist wahrscheinlich von den Kugeln hmm wow ach, die Schande ich hätte mir zumindest mal den Boss ansehen können aber naja, ne jetzt muss ich mal kurz überlegen dürfte eigentlich passen ja Leute, ich werde hier eine kurze Aufnahepause machen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Rogue Legacy ja 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 ja